Von daher starten wir hier in HOE4, liebe Leute. Ihr wundert euch, ein neues Projekt, vielleicht erst mal alte beenden. Da sage ich euch, nein, nein. Erst mal starten wir ganz neue Sachen. Nein, aber ich habe gerade wirklich Bock, das zu spielen und lerne gerade HOE4 so ein bisschen von Grund auf. Und wir steigen ein in ein neues Spiel mit Deutschland im aufziehenden Sturm, denn dunkle Zeiten brechen an. In Europa hat Hitler seine Macht gefestigt und sein Augenmerk richtet er nun auf Gebiete jenseits der deutschen Grenzen. Italien begibt sich unter Mussolidis Herrschaft auf gewagte militärische Abenteuer und in Asien bereitet sich das japanische Kaiserreich darauf vor, China anzugreifen. Fast 20 Jahre sind seit dem Ende des Ersten Weltkriegs vergangen und es scheint, als würde die Welt schon bald wieder in Flammen stehen. Ein einziger Funke könnte genügen. Ja, so, genau. Da sind wir auch schon beim Thema. Quackserakam spricht auch gerade an. Am 8.3. kommt ein neuer DLC und Patch für HOE. Genau, das weiß ich auch. Japan wäre auch total interessant, aber das Ding ist mit Japan, oh, also die spielen sich natürlich nochmal ganz anders, als irgendeine Landmacht. Da habe ich gehörigen Respekt vor, vor allen Dingen, weil ich das hier schon auf Veteranen durchspielen möchte, weil ich möchte, dass die KI ein bisschen bevorteilt wird, in Anführungsstrichen, weil die gegen mich als Menschen natürlich eigentlich nichts zu melden hat, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und, ja, KI-Modifikator, Bedürfnis Verbündeten zu rufen, minus 40, staatlicher Shintoismus. Das wäre sicherlich auch interessant, aber vielleicht für einen zweiten Durchlauf. Ich denke mal, Deutschland ist die offensichtlichere Wahl, weil man hier einfach viele Möglichkeiten hat. Das ist alles relativ ausgeglichen, sage ich mal. Luft, Land und See. Wobei See ist natürlich nicht so toll bei Deutschland, aber da können wir ja gleich drauf kommen. Ein neues Deutschland hat sich erhoben. Ja, irgendwie schon. Drei Jahre sind vergangen, seitdem die Weimarer Republik aufgelöst und durch Hitlers Drittes Reich ersetzt wurde. Die wirtschaftliche Stabilität ist nach den schweren Jahren der großen Depression wieder eingekehrt und das Problem der Massenarbeitslosigkeit wurde angegangen. Gleich mal der Verweis an der Stelle. Stabilität erreicht durch den Staat in einen kontinuierlichen Bankrott führen und Massenarbeitslosigkeit mit Beschaffungsmaßnahmen wurde angegangen. Ja, genau. So sieht das nämlich aus in der Zeit. Das nur so als kleiner Kommentar hier schon mal. Die militärischen Auflagen des Versailler Vertrages für Deutschland sind längst vergessen. Naja, ob die ganz vergessen sind, denke ich mal nicht, aber das sehen wir ja gleich noch. Und die Wehrmacht wird mit jedem Tag stärker, das wiederum ja. Ein weiterer Weltkrieg tut sich am Horizont auf, das auf jeden Fall, zumindest wenn man ein aufmerksamer Beobachter in der Zeit ist. So, wir wählen das Land aus. Wie gesagt, Schwierigkeitsgrad Veteran. Kein Iron Man. Nicht, dass nachher noch der Spielstand irgendwann abraucht und wir stehen dann dumm da. Das ist nicht unbedingt angesagt. Habe ich hier noch was? Optionen. Grafik, Spiel. Was ist das? Automatisch speichern. I. Keine Ahnung. NATO-Symbole, das lassen wir mal raus. Da bin ich noch nie ein Freund von gewesen. Offline-Wiki als Standard verwenden. Weiß ich nicht. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Ja, ähm, mit DLC kommen neue Nationsbäume, speziell für China und Japan. Ja, und auch der deutsche Baum soll wohl verändert werden. Das habe ich auch schon ein bisschen angelesen. Ähm, und spannend, dass ausgerechnet der deutsche Kanzler ausgeschwärzt wurde. Ja, nicht nur er, auch größere Koryphäen der Nazi-Diktatur wurden auch ausgeschwärzt, aber nicht alle. Ähm, wir können gleich mal schauen, welche das sind. Und ich kann dazu ja auch einen kleinen Kommentar loswerden, ähm, ob das sinnvoll ist, ob es das Gesetz das hergibt oder nicht, wie auch immer. Erstmal starten wir hier ganz regulär ein Spiel. Und dann gucken wir gleich mal, was wir für strategische Optionen haben und welche ich davon benutzen möchte. Ähm, denn wir haben hier ein paar Sachen zu beachten. So. So, folgendes. Also, die Flagge ist ja auch nicht original, äh, bei der Flagge schlägt das Gesetz zu. Allerdings wegen verfassungsfeindlicher Symbolik, das ist klar. Beim Konterpfei von Aha allerdings eigentlich nicht. Apropos Mod, du hast die Drohung mit dem Mod hier wahrgemacht. Ja, in der Tat. Äh, das war, äh, mir doch wichtig, dass hier auch durchgängig mal jemand mit Modberechtigung drin ist, weil Sabinka ist ja nicht immer dabei und guckt auch nicht immer alles zu, was ich hier streame. Und da ist es schon sinnvoll, dass wir hier auch einen zweiten Mod haben. Und da du dich ja nicht dagegen gewehrt hast bisher, nehme ich mal an, dass es okay ist, weil du bist ja quasi auch immer hier, ähm, im Stream. Ja, nicht immer dabei, aber, naja, also das, das ist ja auch schon eine Anforderung. Also, wer soll die denn bitte erfüllen? Ähm. So, Internet meint Abbildung und Büsten von Adolf Hitler, ein häufig von nationalsozialistischen Organisationen verwendetes Kennzeichen ist das Kopfbild Hitlers. Das Bild Hitlers wurde zur Zeit der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei NSDAP der Bevölkerung ständig vor Augen gehalten. Es war daher das eindeutigste, aua, das eindeutigste, ich habe meine Haare im Kopfhörer eingeklemmt, autsch, es war daher das eindeutigste Sinnbild für die NSDAP, die Verwendung ist heute verboten. Ähm, ja, das könnte der Hintergrund hier sein. Ich weiß nicht, wie es im Paragraf, was war das, 86 oder 87, drinsteht, ob da die Rede von diesem Büsten ist und wie die Gesetzespraxis da aussieht. Ich, oh, wir sind hier schon am 3. Januar, ich depp, ich hätte pausieren sollen. 86a, genau. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern die so explizit sind. Ich vermute, dass das in Rechtsurteilen genauer dargelegt wird oder in irgendwelchen Zusätzen. Ähm, 86a selbst sagt dazu, glaube ich, relativ wenig. Ich müsste es aber auch nochmal nachgucken. Also, ich vermute mal, dass allein die Unsicherheit, ob das erlaubt ist oder nicht, schon ausreicht, dass ein Publisher sagt, nö, das grauen wir mal bitte aus, das ist mir hier zu risikoreich, bevor mein Spiel zensiert wird und der deutsche Markt, der für Strategiespiele besonders eingängig ist, dann noch 88 und wir hätten die pure Ironie. Stimmt, wenn der Paragraf 88 wäre, das wäre schon ein bisschen böse. Ähm, also, das ist der Punkt und ich denke mal, damit kommen wir aber auch alle irgendwie klar. Was zum Beispiel auch ausgegraut ist, äh, Goebbels wird ausgegraut, Rudolf Hess wird ausgegraut, Heinrich Himmler wird ausgegraut. Ich weiß nicht, ob da nachher noch mehr Figuren drin sind. Werner von Braun zum Beispiel nicht. Ähm, haben wir hier noch irgendwo... Ah, den Göring haben sie auch ausgegraut. Das wollte ich gerade sagen. Hier so diese ganz großen Koryphäen, die haben sie eigentlich ausgegraut. Heinrich Himmler, Göring, Hess, äh, Goebbels natürlich. Ähm, lustigerweise Martin Bormann, ist der zu unbekannt? Taugt der nicht zum Ausgrauen? Also, ist ja nun auch ein... Äh, auch so ein vertrauter Hitlers, glaube ich, ne? Also, hm, da haben sie komischerweise nicht ausgegraut. Ich meine, ein paar Generäle sind ausgegraut. Das könnte auch sein, das weiß ich nicht. Naja, für sowas gibt's dann Mods. Kann man natürlich machen. Ja, ob man das muss, weiß ich nicht. Ähm, naja, wie dem auch sei. Also, ich spiele es auch ganz gerne so, wie es jetzt im Urzustand ist. Äh, was ich gerne installiert hätte, wäre die Deutschkorrektur-Mod. Aber irgendwie funktioniert die wohl mit der neuen Version der aktuellen nicht. Ich hab's zumindest nicht zum Laufen gekriegt. Vielleicht weiß einer von euch dazu mehr. Ähm, und deswegen hab ich sie jetzt ausgelassen. Und wir müssen jetzt mit den Texten so leben, wie sie sind. Und so, das zur Introduction hier mit den Symboliken. Das soll uns jetzt aber nicht abhalten. Äh, das sind Koniferen. Korifee ist eine Süßspeise aus Obst. Aha. Ich würde Spongebob-Figuren reinborden, alles klar. Ähm, ja, unsere Situation stellt sich wie folgt dar. Wir haben ein sehr kleines Heer mit, äh, insgesamt sehr wenig Soldaten. Das kann man hier oben auch ablesen. Soldatenzahl. Die Mannstärke, die uns zur Verfügung steht, ist aktuell nur 1,31 Millionen. Das liegt damit zusammen, dass wir nur 2,5 Prozent der Bevölkerung, der infrage kommenden Bevölkerung überhaupt rekrutieren dürften. Ähm, und daher kommen diese 1,31 Millionen von, ich glaube, hier steht's irgendwo, 65,54. Also weniger wie heute. Heute sind wir über 80 Millionen circa und damals 65,54 hier. Zumindest sagt das Spiel das. Ich denke mal, das handelt sich um authentische Zahlen. Ähm, ja. Wir können dementsprechend in der Armee aktuell nur 270.000 Mann verbuchen. Ich glaube, das ist immer noch mehr, als wir aktuell in der Bundeswehr haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, da sind wir bei unter 200.000 inzwischen. Da bin ich aber auch nicht aktuell im, äh, Thema. Ja, also das ist wirklich eine sehr kleine Armee, eine beruflich organisierte Armee, wobei wir haben hier auch schon eine ordentliche, ähm, wie nennt man das, eine ordentliche Wehrpflicht sozusagen. Wird uns hier auch gesagt, begrenzt. Ja, das meint einfach nur begrenzte Wehrpflicht, glaube ich. Es gibt auch eine umfangreiche hier, später gibt es auch nach Bedarf oder alle Erwachsenen letztes Aufgebot, aber, äh, kostet viel und brauchen wir erstmal nicht. Hm, das erstmal zu der Situation. Wir müssen gleich die Armee auch schon mal anordnen in verschiedenen, oder an verschiedene Fronten und in verschiedenen, ähm, ja, Bereichen, dass wir die hier zuordnen, dass wir uns hier zu Frankreich schon mal ein bisschen positionieren, und so weiter und so fort. Das werden wir auch gleich noch machen. Also viel, viel Vorarbeit ist erstmal nötig, ähm, bevor wir hier überhaupt irgendwas starten können. Wir haben aktuell 81 Fabriken, davon 20, ne, äh, 40 Militärfabriken, Militärfabriken, 10 Schiffswerften und 31 Zivilfabriken. Eine der großen Aufgaben hier unter Bauvorhaben wird es sein, dass wir aus diesen 31 mindestens 45 Fabriken nachher haben. Wir können aber mit den Foki, die es hier gibt, dem nationalen Schwerpunkt, können wir aber relativ zügig mit Industriebemühungen hier jeweils 6 zivile Fabriken hingestellt bekommen, ohne, dass wir sie bauen müssen. Wenn wir also hier durch, äh, rushen beim Fokus bauen, dann haben wir hier relativ zügig, äh, also kriegen schon mal für Bautechnologie auch noch 50% Vorschugsbonus. Das zeige ich euch auch noch gleich. Das kommt dann noch, aber das bekommen wir erstmal for free. Also 12 kriegen wir irgendwann mal. Das dauert aber noch. Und dementsprechend sollten wir schon ein bisschen, ein bisschen, äh, Zivilfabriken bauen. Das dauert leider am Anfang noch sehr lange. Irgendwann müssen wir auch ein paar synthetische Raffinerien bauen, weil wir brauchen einfach das synthetisch hergestellte Öl und Gummi für unsere Flugzeuge, für unsere Panzer, für unsere befahrenen, äh, Truppenteile sozusagen. Gerade das Öl, aber natürlich auch das Gummi. Das sehen wir gleich hier unter Produktion. Da komme ich auch gleich noch hin. Äh, Schiffswerfen werden wir wohl nie bauen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Irgendwann werden wir dazu übergehen. Die Frage ist halt nur, wann, dass wir Militärfabriken bauen. Wenn wir also genug Zivilfabriken haben, dann können wir natürlich auch parallel mehr Militärfabriken bauen. Denn aktuell haben wir hier 40 Stück. Das ist überhaupt nicht viel. Denn damit muss hier alles landtechnische hergestellt werden. Auch die Flugzeuge hergestellt werden. Und das alles mit einer sehr geringen Effizienz, weil ich habe es mir ein bisschen schwer gemacht. Mit schwierig haben wir hier 20 Prozent Obergrenzereduktion. Das heißt, wir produzieren nur mit 30 Prozent Leistung. Obwohl wir sonst eigentlich mit 50 starten würden. Also das ist nochmal ein bisschen schwerer, aber das ist eben so. Ja. Ja, also was bleibt noch zu sagen? Schwerpunkt. Wo legen wir den Schwerpunkt? Eine Sache sollte sehr klar sein. Jede Armee, egal ob wir jetzt hier Deutschland spielen, ob wir jetzt Frankreich wären, Spanien, Großbritannien oder die USA oder sonst irgendwas. Das Rückgrat unserer Armee ist und bleibt die Infanterie. Dementsprechend ist dieses hier Ausrüstung, Zusatzausrüstung und auch in gewissen Teilen die Artillerie für uns zentral. Was nicht heißt, dass wir uns hier nicht Richtung Panzer und Motorisierung entwickeln, später vielleicht sogar mechanisierte Einheiten und natürlich auch Flugzeuge bauen wollen. Aber der Schwerpunkt gerade in den ersten Jahren, der wird auf den dreien hier liegen. Das lässt sich gar nicht anders machen. Und beim Aufbau unserer Armee brauchen wir auf jeden Fall jede Menge Ausrüstung, Karabiner und sonstiges Zeug muss an die Soldaten geliefert werden, sonst sind die natürlich nicht einsatzbereit. So, das zu dem Thema. Wir können ja mal die ersten Sachen starten. Forschungen ist auch so ein wichtiges Thema. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Deutschland ist eines der wenigen Länder, das mit vier Forschungsslots startet. Andere Länder haben, glaube ich, teilweise nur drei oder sogar nur zwei Slots, je nach Ländergröße und Industriestärke, glaube ich, so um den Rehm müsste das gehen. Wir haben vier. Und wir haben auch wieder einen Fokus, Wenn man den Baum hier bei Raketentechnik noch weiterführt und hierhin geht, dann bekommt man ein zusätzliches Forschungsteam. Dann haben wir sogar fünf Slots parallel ab einem gewissen Datum, vermutlich so 1938. Und dann können wir natürlich auch hier noch mehr forschen. Das wird uns auf jeden Fall einen Vorteil geben, den wir brauchen, weil wir sind eigentlich ein relativ kleines, schmales Land aktuell. Und da können wir mit unseren aggressiven Kriegen nicht lange durchhalten, wenn wir nicht auf Technologie gehen. Gleichzeitig haben wir natürlich auch einen leichten Nerf hier drin, weil wir natürlich wieder den Schwierigkeitsgrad haben. Das heißt, die Forschung dauert einen Ticken länger, ist aber nicht schlimm. Das kriegen wir reduziert. Das sollte uns jetzt hier irgendwie nicht nass machen. Ja, das zu der Forschung. Was wir da genau machen, komme ich gleich auch noch zu. Freie Militärfabriken, Schwerpunkt. Ich habe jetzt mal einen Testdurchlauf bis 1938 schon gespielt und habe dort mit Rheinland angefangen. Man kann wahrscheinlich auch hier Reichsautobahnen nehmen, damit man schneller hier unten durchkommt. Die Reichsautobahn erhöht die Infrastruktur in Brandenburg, Hannover, Thüringen und Franken. Das sind die folgende Regionen. Dazu muss ich mal gerade hier reingehen, glaube ich. Das sind diese Regionen. Brandenburg, Thüringen, Hannover und Franken. Die kriegen dann alle jeweils einen Punkt dazu. Und dann haben die entsprechend eine höhere Geschwindigkeit beim Bau von allen möglichen Dingen, die hier zu bauen sind. Unter anderem natürlich auch unsere Fabriken. So, T1 Draven. Oh boy, ein Neuling, ja. In der Tat, ich bin relativ neu. Das Spiel sagt zwar, ich habe 100 Stunden in dem Spiel, aber das meiste davon ist, glaube ich, Idle Time. Irgendwie zusammengekommen, weiß der Geier wie. Ja, also, wo war ich stehen geblieben? Genau, Schwerpunkt Rheinland, denke ich mal, zuerst. Und dann werden wir auf Reichsautobahn gehen. Und von dort an werden wir mal gucken, dass wir hier möglichst schnell diesen Baum runtergehen, damit wir unsere Zivilfabriken bekommen. Und zwar so schnell wie möglich. Ich glaube, noch bevor wir hier Armee-Innovationen und so ein Kram machen, dann, ja. Rheinland ist deswegen interessant, weil es gibt uns politische Macht. Das ist ein anderes System. Politische Macht ist dieses hier oben. Da bekommen wir aktuell zwei täglich dazu. Und sobald wir einen Fokus auswählen, wird uns aber wieder einer abgezogen. Das heißt, wir gehen dann auf einen runter. Und ein täglicher Punkt, politische Macht, ist nicht viel. Denn wir brauchen für jegliche Veränderungen hier, und die sind ganz wichtig hier, die politischen Berater, die zeige ich euch gleich nochmal ausführlicher. Dafür brauchen wir jeweils 150 politische Punkte. Und wenn wir nur einen pro Tag kriegen, das dauert ganz schön lange, bis wir hier was machen können. Es gibt hier unter den politischen Beratern zwei, die ich haben möchte. Und zwar sind das diese unscheinbaren Arbeitstiere Martin Bormann und Rudolf Hess. Die geben uns nämlich einen politischen Machtzuwachs von jeweils 15 Prozent. Und das heißt 30 Prozent. Die werden natürlich auf unsere 2,0 täglich dazugerechnet. Das heißt, wir bekommen 0,6 täglich dazu. Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Deswegen werden wir die als erstes hier freischalten, bevor wir irgendwas anderes hier einstellen in diesem Bildschirm. Denn politische Punkte sind schon sehr wichtig, um hier auch nochmal einen kleinen Vorteil zu gewinnen. Wir fangen erstmal an. Fokus soll Rheinland sein. Das Rheinland ist seit dem Ende des Ersten Weltkrieges demilitarisiert. Aber mit dieser Gängelei ist jetzt Schluss. Deutschland ist ein souveräner Staat und darf seinen Truppen innerhalb seiner Grenzen frei bewegen. 1,11. So. Dementsprechend erhält Frankreich dann das Ereignis die Rheinland-Besetzung, sobald es fertig ist. Die weltweite Spannung erhält sich um 5. Was es mit der Spannung auf sich hat, das sehen wir gleich. Aber ich mag es, Leuten zu helfen. Das ist schon mal gut, Draven. Dann bist du dazu auch herzlich eingeladen, weil ein Experte bin ich sicherlich noch nicht. Ich habe ein paar Kernkonzepte, glaube ich, schon ganz gut verstanden. Aber ist jetzt gerade so was Kampf und sowas angeht, da habe ich, glaube ich, noch so meine Unerfahrenheit und Defizite. So, dann haben wir hier Verlauf der weltweiten Spannung. Immer wenn irgendein aggressives oder kriegerisches Ereignis geschieht, dann haben wir hier einen Verlauf, der uns hier angezeigt wird und die weltweite Anspannung oder wie nennt sich das hier? Ja, weltweite Spannung steigt an bis zum Ausbruch des Weltkrieges. Was das genau macht, bin ich mir jetzt auch noch nicht hundertprozentig sicher, außer dass es was damit zu tun hat, wer wann welche Kriegsziele rechtfertigen darf und sozusagen Kriegsvorbereitungen machen darf. Es hat zum Beispiel auch was damit zu tun, wann wir die Teilmobilmachung als Wirtschaftsgesetz umwandeln können in eine Kriegswirtschaft, was für uns den Vorteil hat, dass wir A, die Militärfabriken schneller bauen können wie jetzt. Hier seht ihr Baugeschwindigkeit plus 10, dann bei Kriegswirtschaft plus 20 Prozent und wir können den Umbau von Zivil zu Militärfabriken und umgekehrt noch schneller vollziehen als vorher. Das wird auch nicht unwichtig sein, aber braucht mehr als 15 Prozent weltweite Spannung. Das wird eher so, ich würde mal sagen, passieren, wenn Japan gegenüber China auf einmal aggressiv oder dann aggressiv auftritt, wenn hier in Spanien der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Wir haben natürlich am Anfang hier schon relativ früh dann das Rheinland militarisiert und das wird alles so ein bisschen Prozentsätze nach oben schrauben, bis wir dann über 15 Prozent kommen. So über 700 Stunden hat Draven auch, das ist bei Quackserakam genauso, genau. Krass. Ihr habt ja Erfahrung, das ist ja wirklich heftig. Und es ist ein immenser Unterschied zwischen SP und MP, genau. Das ist auch der Grund, warum ich hier auf Veteranen spiele, weil die KI kann ja nun mal nicht so gut sein, wie ich im Kopf denken kann. Und dementsprechend, also um es irgendwie einigermaßen in Anführungsstrichen fair zu halten, ist, glaube ich, schon notwendig, hier Veteran zu nehmen und nicht mit Normal zu spielen, weil ich glaube, dann rusht man über die KI hinweg und die hat dann, gerade wenn ich jetzt hier Hilfe bekomme, wenig Chance. So. Okay, so liebe Leute. Ja, also das erstmal zur Erklärung von so grundsätzlichen Sachen. Ich will aber auch nicht den Erklärbär spielen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an und stellen ein paar Technologien ein. Was das Wichtigste am Anfang ist, glaube ich, da können wir uns schnell einig werden, einfache Maschinenwerkzeuge, Obergrenze für die Produktionsleistung. Die Produktionsleistung, das ist dieses Ding, was wir hier haben, das wird um 10% erhöht, damit wir auf 40% immerhin mal kommen, denn wir haben ja durch den Schwierigkeitsgrad 20% weniger. Das ist, denke ich mal, klar, dass das das Erste ist, was wir brauchen. 161 Tage ist eh schon lang genug. Was wir auch machen können und vermutlich auch sollten, ist hier direkt das Bauwesen zu erforschen, damit wir dann die Baugeschwindigkeit erhöhen um 10% insgesamt, weil wir natürlich hier auf dem Bau von sowohl Zivilfabriken zunächst, aber auch von später Militärfabriken, von synthetischen Raffinerien setzen, von Infrastruktur, möglicherweise später auch noch, was haben wir denn ja, irgendwann Raketen, das kommt ganz spät, vielleicht Flugabwehrgeschütze später noch. Also da brauchen wir auf jeden Fall eine höhere Geschwindigkeit, die ist jetzt bei plus 5% gebufft, aber da geht natürlich noch mehr. Dementsprechend Bauwesen, Forschung Nummer 2. So. Ja, guckt mal, ihr habt euch schon aufgeteilt für Single und Multiplayer, ihr beiden, das ist ja süß. Das ist ja süß, nice. So, was nehmen wir noch? Also das sind schon mal zwei Sachen, die sind, denke ich mal, unstreitbar zentral für unsere Bestrebungen. Was noch wichtig ist, ist dieses Ding hier, da wir ja einen Forschungszeit-Nerf haben, oder einen Research-Nerf, müssen wir dringend diesen abbauen, und das geht über diese beiden hier. Minus 2, minus 3% macht minus 5 logischerweise. Da fangen wir direkt mal mit Elektrotechnik an. Wir leben in einem Zeitalter, in dem elektrische Maschinen uns nicht mehr nur Wärme und Licht spenden, sondern uns helfen zu denken und zu kommunizieren. Die Elektronik wird im kommenden Jahrhundert eine Schlüsselrolle im militärischen Nachrichtendienst einnehmen. Wer hätte das gedacht? Direkt mal erforschen. So, wie gut, dass wir hier mit vier Slots anfangen. Das hier sind Theorie-Slots, Luftdoktrin, das werden wir erst sehr viel später machen. In der Luft selbst kann mir vielleicht mal einer sagen, ob es worth ist, diese schweren Jäger zu erforschen. Ich habe es bei meinem ersten Spiel nicht gemacht, weil ich das als unnötig empfunden habe. Ich habe mir erklären lassen in einem Guide, dass die Dinger hier für Abfangaufgaben prinzipiell besser geeignet sind. Aber ansonsten natürlich für Luftüberlegenheit nicht so gut wie die beweglicheren Jäger, die wir hier haben. Die Frage ist, sollen wir das erforschen oder nicht? Ich würde sagen tendenziell eher nein. Aber wenn ihr sagt, auf jeden Fall zu empfehlen, so wie Körksram Kamm das gerade sagt, dann lasse ich mich gerne davon überzeugen, weil ich habe keine Ahnung. Leichte Jäger 2. Ja, so. Das hier müssen wir auch noch nicht machen. Handelskrieg, das kommt erst später. Da werden wir auch den Fokus für nehmen. Denn da gibt es irgendwann hier auch Flottenaufrüstung für mehr Dockyards, also für mehr Schiffswerften. Irgendwann hier bei U-Boot-Bemühungen, da gehen wir auch noch rein. Das dauert aber alles noch. Das wird sehr spät erst sein. Deswegen werden wir hier noch keine, hier keine Doktrinenforschung großartig betreiben. So, was haben wir denn hier? Genau, dann haben wir hier noch mobile Kriegsführung. Die sollten wir nicht vernachlässigen, aber da kriegen wir durch Foki einige Free-Tags sozusagen, wo wir 50% Forschungsboni kriegen. Einmal hier, zweimal, wenn wir Armee Innovation 1 haben. Und hier gibt es dann nochmal zwei Forschungsboni. Also insgesamt vier, wenn ich richtig mitzähle. Das heißt, diese Dinger 1, 2, 3, 4, wir werden wahrscheinlich diesen Baum hier nehmen. Die hätten wir dann schon safe. Die will ich dann auch erst machen, wenn ich einen Bonus dafür habe. Das ist sonst hier 325 Tage echt ein bisschen lang. Was wir schon machen könnten, wäre hier Zwischenkriegsartillerie, ein bisschen die Artillerie verstärken für weichen Angriff. Ich weiß nicht, sind Pucks sinnvoll? Also ich bin mir da nicht ganz sicher. Beim letzten Mal habe ich sie erforscht. Allerdings relativ spät erst. Von daher die nächste Frage, sollten wir das tun? Panzer wird auch noch später ein Thema, weil da kriegen wir auch noch schöne Forschungsbuffs für den Panzer 3 insbesondere, damit wir den früh ins Feld schicken. Was auch wichtig ist, das sind diese Unterstützungskompanien hier. Wir haben Pioniere und Aufklärer. Militärpolizei ist, glaube ich, nicht ganz so zentral, zumindest nicht für zu Beginn. Wartungskompanien und Feldlazarett für später und auch Logistik, das wird sehr wichtig sein. Und dann auch die Fernmeldekompanie. Das sollten wir also auch mal erforschen. Das sollte man nicht vergessen. Die Frage ist, ob man jetzt vielleicht mal anfängt mit MG08 und leichter Minenwerfer, weil, blups, könnte man aber auch noch später machen, bevor man dann 38 hier hingeht auf die beiden Tags. Weiß ich nicht. Was schreibt ihr denn so Schönes? Wenn man starke, leichte Jäger hat, die aber nur einen Teil des Gebietes erreichen können, dann sind die schlechter als Langstreckenjäger. Feldlazarett ist sehr zu empfehlen. Genau, wegen dem Trickleback-Effekt. Genau, Landdoktrine. Warte mal, was habt ihr denn geschrieben? Also, Quaxerakam sagt... Äh, Moment, Moment, Moment. Erstens sind schwere Jäger etwas kostengünstiger. Zweitens haben schwere Jäger eine höhere Reichweite. Und dann sagt Draven, es gibt da sowas, das heißt Mission-Efficiency. Genau, es gibt Mission-Effizienz, ne? Und da ist mehr Reichweite scheiße. War das nicht umgekehrt? Weniger Reichweite ist Mist? Ich erklär euch das gleich. Mission-Efficiency wird unter anderem durch die Reichweite bestimmt. Und dann kannst du aber auch Jäger nehmen und Airports hochbauen. Ja, okay. Wenn man starke, leichte Jäger hat, die aber nur einen Teil des Gebietes erreichen können, dann sind die schlechter als die Langstrecken. Und Draven sagt, wenn du jemals schwere Jäger im Multiplayer baust, Halleluja, die bringen dich um. Na, wir sind ja hier jetzt allein im Singleplayer unterwegs. Also, wir müssen jetzt schon eigentlich das nehmen, was im Singleplayer eine gute Idee ist. Ich meine, schwere Jäger haben ja ihren taktischen Einsatzvorteil. Sicherlich. Aber die Frage ist, ob sie halt auch einigermaßen kostengünstig sind. Also, Quaxalakam hat mit schweren Jägern bessere Erfahrungen gemacht, okay. Kommt aber auch auf die Luftdoktrin an. Du willst ja nur Jäger haben, wo du kämpfst. Bau einfach beides. Ja, das können wir natürlich auch machen. Wir können natürlich auch das Ganze so 50-50 aufteilen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, die Doktrinen hier. Ich denke mal, ich weiß nicht, Schlachtfeldunterstützung, dann sind wir natürlich sehr stark auf die Jus angewiesen, auf unsere Kurzstreckenbomber sozusagen. Das Problem bei denen ist dann auch wieder die Einsatzreichweite, die nicht so hoch ist, sodass wir nur direkt an die Front und mit entsprechendem Flugplatz vorausgesetzt arbeiten können. Was ist dieses hier? Operative Integrität. Ortung abfangen. Das hat das was mit Radar zu tun? Truppenrotation. Das hier ist Formationsflug für 15% Luftüberlegenheit. Das ist also, wenn wir in die anderen Territorien gehen, da sind dann auch die leichten Jäger besser. Gehe ich mal von aus. Effizienz abfangen. Chance auf Fliegerast plus 10%. Jägerköderung. Bodenunterstützung plus 10%. Verteilter Kampf. Ortung Luftüberlegenheit. Operative Zerstörung. Ich bin mir nicht ganz sicher, welcher Baum hier am besten wäre. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen überfragt gerade. Ich würde es erstmal so lassen und es probieren. Ich meine, das ist jetzt mein erster Komplettdurchlauf. Von daher, wir könnten die schweren Jäger sicherlich schon mal entwickeln. Wir könnten natürlich gucken, ob es gerade noch was gibt, was wichtiger wäre. Ich meine, Landdoktrin ist jetzt auch nicht unwichtig. Allerdings kriegen wir natürlich noch viermal eine Vergünstigung dafür. Die Bäume sind schon vordefiniert. Jaja, ich weiß. Also wir können jetzt immer nur einen Baum verfolgen oder umschwenken auf einen anderen Baum. Das könnten wir auch. Aber da müssen wir den, glaube ich, ich glaube, wechseln. Können wir den wechseln? Ich mache eigentlich immer den mittleren Baum. Okay. Naja, ich denke auch, wir bleiben erstmal dabei. Ich muss ja mit irgendwas auch meine eigenen Erfahrungen machen. Also Tipps sind immer schön und gut, aber bis zum gewissen Grad möchte ich natürlich auch selber Fehler machen können, damit ich daraus lernen kann. Also es bringt ja nichts, wenn ihr mir sagt, wie man das Spiel perfekt spielt und ich habe dann gewisse Dinge nachher trotzdem nicht begriffen. Da muss man ja auch ein bisschen drauf damit rechnen, dass man da auch mal das eine oder andere falsch macht. Wie sieht es mit PAX aus? Im Vorgänger HUI 3 waren die, glaube ich, nicht ganz so zentral, wenn ich mich richtig entziehe. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Also PAX, könnte ich mir vorstellen, werden im weiteren Verlauf des Spiels immer wichtiger, weil natürlich der Gegner mit immer mehr und immer stärker gepanzerten Panzern auftaucht. Am Anfang aber kaum welche hat. Gerade Polen zum Beispiel wird uns ja kaum gepanzertes Material entgegenstellen bei unserem Blitzkrieg. Von daher wäre da mit PAX rumzulaufen irgendwie, glaube ich, noch nicht so effizient. Da wäre ja eher die Artillerie wichtig. So, Panzer war ja noch nicht. Wie gesagt, Zusatzausrüstung kann man natürlich anfangen. Da kriegen wir auch keine Boni drauf. Auf diese Geschichten kann man später auch noch Boni bekommen, wenn man das auswählt hier bei Ausrüstungskonstrukteur. Ich glaube, wenn wir Mauser nehmen, Forschungszeit für Waffen und Ausrüstung, dann kriegen wir hier entsprechend einen Bonus hier von 10%. Also Quaxaracam sagt, er macht den mittleren Baum. Draven sagt, der rechte Baum. Okay, die PAX habe ich seltener benutzt, mein Sulter, jedoch war meine Armee auch auf Panzer und Panzerjäger aufgebaut. Genau, das ist nämlich die nächste strategische Entscheidung. Gehen wir hier sehr stark auf Panzer? Oder ist das bei uns eher eine, ich sage mal so, man kann ja Panzer auch als reine Speerspitze benutzen, soweit ich das verstehe. Dafür gibt es ja dann hier auch die ganzen Panzerspitze und so weiter, dass wir mehr Durchbruch haben. historisch haben ja die Deutschen auch eher die Panzer als so eine Art Speerspitze eingesetzt. Also mit relativ kleinen Verbänden an einem Punkt der Front durchzustoßen und das dann maximal auszunutzen. Da können wir natürlich jetzt nicht erwarten, wir stellen jetzt hier auf einmal Millionen oder zigtausende von diesen Panzern her. Also wenn wir mal irgendwann im vierstelligen Bereich mit den Dingen hier sind, das wäre schon krass, glaube ich. Weil die Dinger sind verdammt teuer. Wir haben wenig Ressourcen. Gerade mit dem Öl, mit dem, na gut, Gummi brauchen die hier nicht, aber die brauchen jetzt, glaube ich, dieses Tangsten. Tangsten, Tangsten, Tangsten. Also hier dieses Wolfram, genau heißt das auf Deutsch. Und das kriegen wir natürlich aus Schweden zum Beispiel oder auch aus Portugal. Allerdings, ja, haben wir da wenig Eigenproduktion. Hier werden aktuell vier in Thüringen produziert. Das war es dann aber auch. Das ist sehr, sehr wenig. Also falls wir mal hier Panzer produzieren in größerer Form, dann seht ihr, die leichten Panzer brauchen das noch nicht. Aber die mittleren später, die brauchen das. Und auch die, ähm, die Selbstfahrlaffetten Artilleries und so, die brauchen das alle nachher. Und das ist dann schon sehr teuer. Ja, und da ist die Frage, wie, ähm, und Schwere brauchen sogar noch Chrom. Genau, das haben wir hier noch gar nicht drauf. Chrom, das brauchen, glaube ich, sonst hier nur die, die Schiffe. Genau, die brauchen Chrom. Ähm, übrigens, wo wir gerade mal bei Schiffe sind. Ich stelle das mal hier gerade um. Die U-Boote kommen ganz nach unten für mich, weil die können wir immer noch bauen. Auch unendlich, meinetwegen. Ähm, und wir können uns ja erst mal drauf fokussieren. Was baut er denn? Schweren Kreuzer. Und zwei Schlachtschiffe der Scharnhorst-Klasse, die, glaube ich, historisch eher Schlachtkreuzer waren. Aber das ist ja egal. Auch wieder so eine Versailler Vertragsgeschichte. Deutschland dürfte ja eigentlich keine Schlachtschiffe bauen. Also hat man das ganze Schlachtkreuzer genannt. Ein bisschen verkleinert, glaube ich. Und das Ganze dann quasi unterhalb des Versailler Vertrages hergestellt, glaube ich zumindest, dass das so war. Ja, ähm, ja, Zerstörer ist auch erst mal. Brauchen wir erst mal drei nur insgesamt? Ich weiß es nicht. Ähm, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Dann können wir noch einen hier reinpacken. Und die zwei hier noch rein. Dann haben wir hier zumindest schon mal die Möglichkeit, irgendwann mal das Ding abzuschließen. Das kommt dann direkt zur Kriegsmarine hin. Das kann man hier schön einstellen. Die auch. Und der schwere Kreuzer auch, bitte. Ähm, und die Zerstörer bitte auch. Die U-Bute, falls sie dann mal fertig werden, kommen hier zur Flotte Weddingen irgendwie hin. Okay, haben wir das auch. So, leichte Panzer brauchen nur Stahl. Mittlere brauchen Wolfram. Schwere brauchen Chrom. Genau, so ist das. Ja, wir sind noch beim letzten Forschungsslot. Da tue ich mich noch ein bisschen schwer mit. Ähm, ob wir jetzt hier schon mal diese MG08 und leichter Minenwerfer bauen. Eigentlich müssten sie die ja schon haben. Aber, nun gut. Gut, Erste Weltkriegstechnologie ist hier noch nicht freigeschaltet aus irgendwelchen Gründen. Oder wir gehen jetzt hier direkt mal auf Feldlazarett oder Logistikkompanie. Damit wir das entsprechend mal fertigstellen. Hm. Ich meine, irgendwann müssen wir es eh erforschen. Und da wir da nie Boni drauf kriegen, weiß ich nicht, habe ich die lieber jetzt aus dem Weg als später. Und würde sogar fast sagen, wir warten mit dem Gedings hier, bis wir hier noch 10% Forschungsbonus drauf bekommen. Weil hier kriegen wir, glaube ich, nie einen Bonus drauf, wenn ich mich recht entsinne. Ja. So. Okay, dann hätten wir die Forschung schon mal gehabt. Freie Zivilfabriken haben wir jetzt aktuell. Jetzt geht das nämlich los. Ähm, wir haben gesagt, wir kriegen 12 freie Fabriken irgendwann mal. Das dauert aber noch, ähm, dementsprechend müssten wir auf jeden Fall noch ein paar Zivilfabriken bauen. Das kostet leider unglaublich viele Punkte. Das heißt, die brauchen auch am längsten gebaut zu werden. Ähm, allerdings müssen wir ja dann irgendwann auch mal damit anfangen, die Dinger zu bauen, damit wir entsprechend mehr, ähm, Ist das sinnvoll, am Anfang Zivilfabriken zu bauen, oder sollte man eher schon am Anfang Militärfabriken bauen? Weil die einfach günstiger sind und man noch keine Konstruktions, äh, Boni hat. Weil Zivilfabriken, die sind nicht, die sind schon so teuer. Guck mal, wenn ich jetzt sage, ich baue jetzt hier in, äh, schlag mich tot, äh, irgendwo. Meinetwegen hier in Westfalen, da haben wir 80%, da geht es ja noch relativ schnell. Dann dauert allein das schon über drei Monate. Äh, dann haben wir eine Fabrik gebaut hier. Gehen auf 32 hoch. Hm. Also, ob das sich lohnt als Ressource? Ich hab das im ersten Durchlauf so gemacht. Ich hatte das Gefühl, es hat nicht viel gebracht. Und Draven sagt, warte, Zivilfabriken, bis man Kriegsökonomie hat. Die Zeit multipliziert sich. Die Zeit multipliziert sich. Ähm, naja, wir können ja später die Dinger schneller bauen, weil wir dann mehr Konstruktionsboni, gerade auch für die Zivilen, kriegen. Je mehr zivile Fabriken, umso mehr Militärfabriken kann man nachher gleichzeitig bauen. Das ist ein Argument, das kann ich nachvollziehen. Aber ob es den Aufwand lohnt, jetzt hier monatelang an einer Dings zu bauen. Gerade kann man viermal Militär gleichzeitig bauen. Kann man das? Das sind drei Monate. Wartet mal gerade. Wenn ich hier sage Brandenburg. Achso, Brandenburg hat ja nur. Warte, da hat ja nur einen Platz frei. Wir kriegen später auch noch mehr Plätze hier. Mehr Plötze. So, oh Gott, war der schlecht. Ja, das Ding ist halt auch, solange wir hier noch keine Infrastruktur haben, die Erhöhung nicht haben, ist das mit dem Bau eh alles noch ein bisschen, ja, dauert halt alles länger. Wir könnten höchstens sagen, wir machen das in Hessen. Dann kriegen wir hier, ne, da kriegen wir nämlich keinen Bonus der Infrastruktur. Das heißt, wir könnten jetzt genauso gut hier in Hessen starten mit den Zivilfabriken. Hier unten. So, dann wird immer eine nacheinander gebaut. Du kannst Konstruktion 4 vor 38 kriegen, genau. Ja, ja, genau. Das ist jetzt eine Diskussion, die da zwischen Kaxarakam und Raven entsteht. Die ist nämlich nicht ganz so ohne. Also, die Weltspannung will man, glaube ich, zu schnell auch nicht hochschrauben. Soweit ich das Spiel verstanden habe. Bauen wir erst mal vier zivile Fabriken in Hessen. Und dann schauen wir mal. Schneller wird es natürlich gehen. Wir würden warten, bis wir hier, aber gut, hier haben wir eh nur einen Platz frei. Hm, 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 hm. So lange wie möglich unter 15 Prozent. Na gut, es sei denn, man will wirklich auf Kriegsfabriken gehen. Das Ding ist halt, man wird den Wettlauf mit den Kriegsfabriken vermutlich nicht gewinnen. Oh, meine Dozentin hat meine Note per E-Mail geschickt. Ich habe eine 3,3 und damit bestanden. Yay, es gibt Grund zum Feiern. Das ist schön, das freut mich. Super, klasse. Gott sei Dank, weil die hat nämlich nichts Aushängen gehabt. Die hat nichts benachrichtigt. Und da gab es nur einen Einsichttermin. Das war alles ziemlich blöd, weil wenn man das dann nicht weiß, dann ist das natürlich irgendwie beunruhigend. Weil man weiß ja nicht, oh, habe ich das geschafft oder nicht oder wie auch immer. Schön. Ja, kommt drauf an. Wo zum Beispiel die Weltspannung durchsteigt, gerade wenn dann Japan dazu kommt, das ist ja nicht nur die reinen Spannungen über die Ereignisse, sondern auch sowas wie diese, das ist zwar alles nicht viel, aber wenn zum Beispiel ein Land hier Freiwilligendivisionen verschickt, dann, es geht voran. Ja, sehr schön. Wo war ich stillgeblieben? Wenn hier ein Land Freiwilligendivisionen nach China schickt oder wir senden Divisionen nach Spanien, um den Nationalisten zum Beispiel auszuhelfen, was unsere Truppen trainiert, die wir da hinschicken, dann baut sich hier auch schon wieder ein bisschen was auf. Wenn das auch nur immer so ein, zwei Prozente sind, aber das, also ich habe es gehabt, dass wir bei 17, 18 Prozent waren am Umbruch zwischen 37 und 38, weil Japan dann hier in China angefangen hat und hier die ganze Zeit schon Spanien im Bürgerkrieg war und den dann beendet hat, aber das ist ja egal. Die sinkt auch kontinuierlich, wenn auch nur wenig, genau. Aber die Gefahr ist natürlich hoch, dass man hier über 15 Prozent kommt und dann wird es auch für andere Länder natürlich leichter, ich weiß nicht, wie es in der Sowjetunion dann aussieht, sowas hier zu dem hier zu ändern, was wir ja eigentlich auch machen wollen, aber ist halt die Frage. Wollen wir lieber aus den Ländern? Italien und Äthiopien erzeugt auch Spannung? Nein, das ist negative Spannung. Mal gucken, wir müssen uns ja für irgendwas entscheiden. Also ich würde schon sagen, wir bauen jetzt erstmal an den zivilen Fabriken und gucken erstmal, dass wir da gut hinkommen. So, bei der Produktion habe ich mir für diesen Durchlauf vorgenommen, dass wir die ressourcenintensiven Sachen, für die wir nicht genug Ressourcen am Anfang haben, also gerade Öl und Gummi, dass wir die möglichst ganz weit hinten anstellen. Also alle Flugzeuge, alle Panzer und auch die Motorisierten möchte ich eigentlich so wenig wie möglich am Anfang produzieren. Die müssen wir irgendwann hier zum Beispiel aufwerten und so weiter. Ja klar, auch die Jäger, ja klar. Aber die Effizienz hier, die ist durch den Mangel an Ressourcen total runtergesetzt. Elf Flugzeuge pro Jahr, weil wir aktuell hier nichts mehr übrig haben. Man kann das hier ein bisschen verstellen. Flugzeuge eigentlich wichtig. Ist das denn so dramatisch wichtig? Weil wenn ich jetzt Ressourcen kaufe, das ist nämlich der Punkt, dann gebe ich Zivilfabriken ab, die ich nicht mehr für den Bau übrig habe. Aktuell, das ist so das Grundproblem, was ich sehe, wenn wir das tun. Das kann man natürlich machen. Man kann sagen, ich gehe komplett auf Flugzeuge und dann kaufen wir uns hier alle Sachen ein, die die Flugzeuge brauchen. Dann hätten wir aber wirklich das Problem mit den Fabriken, die wir dafür weghandeln müssen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, ehrlich gesagt. Bin mir da nicht so sicher. Schwierig, schwierig. Nun ja, ihr seht schon, ein schwerer Beginn und schon wieder fast eine Stundenfolge. Das ist ein bisschen viel. Deswegen mache ich hier mal Schluss und sage an die YouTube-Zerschauerts schon mal für die erste Folge auf Wiedersehen. Wir sind noch mitten in den strategischen Überlegungen, aber so muss das eben sein. Denn wir wollen es ja auch vernünftig machen und uns hier nicht irgendwie total überfordern am Anfang. Also bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ich sage schon mal Tschüss nach YouTube und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.